Es sind die kleinen Sachen, die ihnen wieder zeigen, wie schön es ist, wenn man den Leuten helfen kann, dass sie wieder über eine Strecke laufen können, dass sie mit ihren Kuckerts gehen können, dass sie mit ihren neuen Erkrankungen oder noch OPs wieder selber mobil sind und einfach jeder Schritt zur Selbstständigkeit ist ein Schritt in die richtige Richtung und das ist für uns eigentlich schön zu sagen. Mal zu mir her schauen, zu mir, zu mir, zu mir, genau zu mir, bei mir bleiben, genau und dann wieder nach vorne. Wir versuchen den Leuten zu helfen, dass sie wieder auf die Füße kommen, dass sie Freude an der Bewegung haben, dass sie das so in ihren Alltag einbauen können und dass sie auch oft einfach wieder mobil werden. Ich glaube, im Krankenhaus zeigt sich das ganz gut, wie vielfältig das ist, weil wir sind aber auf der Intensivstation, wo die Leute wirklich noch oft gar nichts selber machen können und wir ihnen mit ihren Bewegungen helfen, über die interne und Chirurgie, wo man nach Operationen mit Leuten wieder aufsteht und wieder läuft und Treppen läuft. Sie wissen, welche Bewegungen einem jetzt gerade im Moment am besten tun und wir probieren, jedes Schrittchen zu machen. Es ist sehr wichtig, weil so kommt man hoch. Und wir sind, also wir sind kein Wunderheiler, wir können nicht in dieser halben Stunde oder Stunde Physio am Tag alles richten, was bei einem Patienten jetzt gerade nicht passt, aber wir können ihnen etwas mitgeben, was sie selber machen können. Und das finde ich so schön, dass wir, also die Physiotherapie ist nicht abgeschlossen, wenn die Leute sind krank, haben sie ausgegangen, sondern wir nehmen sich die Sachen hoffentlich mit und machen das daheim wieder und können von dem noch länger profitieren. Also grundsätzlich ist Schwindeltraining, das heißt, wir schauen, dass wir unser Gleichgewichtsorgan im Ohr reizen und dadurch schauen, dass das Gleichgewichtsorgan wieder besser mit dem Hirn kommuniziert und dadurch wieder sicherer beim Laufen und beim Stehen ist. Dieser Job ist eine große Verantwortung, aber es ist einfach, also wenn du um die Arbeit nach Hause gehst und weißt, ich habe das heute mit dem Patienten geschafft und der ist jetzt heute das erste Mal seit drei Wochen mit mir wieder aufgestanden, weil ich ihm geholfen habe, dass er das wieder kann, wenn man sich daran erinnert, was die alle schon durchgestanden haben und wenn man dann sieht, wie die sich wieder aufgerafft haben und dass die dann doch so kämpfen und auch mit unserer Hilfe dann wieder weiterkommen. Es kann niemand beschreiben, was sie da macht eigentlich, oder? Ich will nicht schmeicheln, aber das, was sie macht, das kann ich nicht jeder. Und so bin ich schon dankbar, das muss ich schon sagen. Das freut mich sehr. Es gibt Zimmer, da kommt man hinein und dann wird man freudestrahlend begrüsst, weil es lauter aktive Patienten sind, die gern was tun. Und dann gibt es Zimmer, da kommt man hinein und dann werden die Augen verdreht. Also eher schon zum Spaß, also nicht wirklich ganz böse, aber halt so, schon wieder, jetzt müssen wir schon wieder was tun. Aber mitkommen müssen sie grundsätzlich alle. Ich glaube, als guter Physiotherapeut, man muss offen sein, man muss auf die Leute sorgen können, man muss ab und zu ein bisschen Animateur sein und ich glaube, man muss auch einfach ein sehr verständnisvoller Mensch sein. Dass sie immer wieder versuchen, da einzuhängen, wo man ist. Dass sie, weißt du, wenn es heute zum Beispiel zum Laufen nicht geht, aber morgen probieren wir es wieder, dass man nicht stehen bleibt, weil dann geht es wieder weg, der Speck. Und freundlich sind sie auch alle. Ja, was sehen wir mehr. Da fehlt es, dass sie dann zum Mitmachen. Fünf ist okay? Oder tun wir heute mal ein bisschen mehr? Zu feiern ist alles. Wir kennen wirklich ganze Lebensgeschichten denn am Ende von solchen Therapien und das ist halt auch total berührend, dass man uns so viel anvertraut. Sie gehen einem so viel Dankbarkeit zurück. Sehr. Also ich bin einmal sehr dankbar. Das ist schön zu hören. Weil sonst wäre ich noch nicht zu weit. Oder es ist bei mir immer dieser Anfang. Man traut sich nicht ganz. Und wenn ich weiß, da ist jemand da, der mich auffängt, dann traut man sich schon mehr. Und gerade wenn man Patienten lang begleitet, also gerade über einige Wochen hinweg, dann sieht man halt auch die Fortschritte und das ist dann schon schön, wenn man dann am Schluss sieht, wie sie heben gehen. Und das glaube ich. Ja. Das ist Belohnung für mich. Ja, das stimmt. Das stimmt. Man muss flexibel sein und das ist nicht jeder Tag perfekt. Aber wenn dann Patienten gehen und einfach sagen, danke, das, was wir jetzt immer gemacht haben, war wirklich immer ein Highlight von diesem Tag. Das kann man nicht beschreiben und kann man auch nicht verglichen, glaube ich, mit irgendetwas anderem. Und das ist ein essas Kr aggrav isolierend. Und das muss alles klar sein. Ja, darum ist es dieawaninie, wenn es aus dem Regen seizure. Und die Diauer aufgenommen ich nur Ende mit uns zu dem Regen, also Herrkung wird drogel sein und gestanden. Aber wenn man nicht inne Może sein oder Isab Mia 실� til das Saatner, älter Sauber dizzy dragon. Ist zwar etwas kurvinder roads, sondernisconsin wird gesperrt wird! Vielen Dank.